ich habe irgendwie echt kein bock dass es hier wir müssen auch noch diese vorräte holen ich kann mir nichts leisten deswegen müssen die 5000er patrouille noch machen ja wir müssen unbedingt patrouillen machen was geht mir willst du ihn oder soll ich hat sich erledigt man ich hatte garten die patrouille aber die fährt nirgendwo lang gerade ist gar keine mehr da halt stopp ich bin das gesetz da unten gibt es die pfeile sind story einsätze jetzt verstehe ich das sind keine schnellreise punkte das sind story einsätze ja da unten gibt es halt noch das casino oder die map ist aber ganz schön groß ne das ist ja mal ein ab hier ist doch ein waffenteil was wo kurzer lauf sturmgewehr ja ja aber das ist da ganz hinten ja was heißt ganz hinten russische kompakt sr 3m wurde bei uns in der city durch die tanke habe ich markiert siehst du die markierung ah jo ich sehe es ja steig ein ich fahre zu ihm warte da war glaube ich gerade noch der wette da kommt da gerade rote auf uns zu warte mal fahren wir jetzt gerade zu meiner markierung oder zu deiner das weiß ich nicht aber wir fahren zu meiner ah nein warte ich komme wieder das kann das auto natürlich mehr wir waren nicht mal in seiner nähe springt direkt vorbei aber dem wollte ich mit absicht treffen und davon ist ein gegner ja ohne das geht nicht ein bisschen antocken einmal anschubsen ist auch gut dass du rausspringst beide tot am tor ja ich ja hättest du nicht sagen können oder habe ich gar nicht gesehen ich renne da rein dickrote markierung luftschlag was machst du denn da ich bin grad dezent low oder hinten gibt es ein vorsicht ho 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 Ich bin, äh, nett. Ist auch gut, dass wir am besten direkt ins Militärgelände laufen. Ja, wir sterben ihn, glaube ich, wieder. Nein, nein. Die kriegst du nicht alle. Doch, doch. Ja, viel Spaß. Ich töte alle und hole dich dann da raus. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo der Scheiß-Mörser-Type ist. Ja, ich habe nur noch zwei Sekunden. Eine. Ernsthaft? Ja, aber das kann jetzt liegen ich auch auf dem Boden. Der Mörser ist direkt in mir gespawnt. Wir laden einfach die nächste Folge erst hoch. Nein, wir müssen auch einfach mal zugehen, wenn wir scheiße sind. Jens, Alter, du bist so scheiße. Du ziehst mein ganzes Let's Play runter. Ich? Du? Ich? Du? Hab ich aus dem Kofferraum geschossen oder du? Versuchen wir das jetzt nochmal das Ding zu holen? Ja, sicher. Diesmal machen wir das jetzt aber tactical. Da war ein Reh. Da war ein Reh. Wie Schuss gehört. Ja, wir sind ganz schön weit gespawnt, wir können jetzt auch den Main-Auftrag machen. Ja, lass den machen. Ja, kommst du dann auch mal mit rein? Wo rein? Wo rein? Ach so. Ja, in die Mission. Jetzt? Ja. Casino voraus. Nur Zerstörung und Lärm, Leute. Wir müssen niemanden töten, um das zu schaffen. Der Los weiß, wie ihn das mal ist. Taktik. Er hat mich gesehen. Er ist rumgerannt und hat mich dann gesehen. Die haben wir auch in Peace, ne? Die haben richtig Feuer. Ja, bin dauernd. Beide gleichzeitig. Wir landen den nächsten Pader, sorry, ich schwör's dir. Oh, oh. Was? Let's death? Let's death! Ist ja schon kommen. Das war nicht unsere letzten Tode in dem LP. Das sind schon zwei Folgen, mein Freund. Naja. Ich hätte gern ein dickeres Scope. Dann könnten wir die beide vom Weiten platt machen, alle, weißt du? Generell weiß ich, was du meinst, ja. So. Also. Ich erkenne eine kleine Gruppe Freunde. Der Wagen hat einen Alarm. Ich nehme die Drohne. Du benutzt nie das Fernglas, ne? Kann das sein? Ne, ich benutze die Drohne. Wofür ein Fernglas dann nicht auch einfach eine Drohne benutzen kann. Viel authentischer. Ja, mit der Drohne sieht man viel mehr. Weil du damit auch rumfliegen kannst und die später auch noch nachsicht hat. Bis so dumm. Muss ich den Einsatz jetzt wieder annehmen? Ne, du bist drinnen. Weil da eben schon wieder was stand. Aber was ist mit dem Sniper? Den habe ich jetzt umges... Ah, da. Okay. Ah, den kriege ich. Ach, weil der so weit oben ist. Den kriege ich. Hab ihn. Okay, im hinteren Teil von das Gebäude sind gar keine Gegner mehr. Also jetzt... Oben auf dem Balkon ist noch einer. Den kriege ich. Ja. Wenn er nächstes Mal wieder hinkommt. Die beiden sind unten noch. Welchen willst du? Er sieht mich, glaube ich. Unten sind... Ich sehe die von hier aus gar nicht. Doch jetzt. Kriegst du den hinteren? Ich weiß nicht, welcher von der hinteren ist, weil ich hinter dem bin. Der, der jetzt gerade in deine Richtung läuft. Den kann ich machen, aber dann musst du jetzt noch mal kurz warten, weil den sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Jetzt habe ich ihn wieder in sich weiter. Der andere rennt da jetzt auch wieder hin. Meint du denn nicht? Jetzt stehen da zwei. Wollen wir? Hä? Ja, zwei Leute stehen da jetzt. Der eine guckt Richtung dir und der andere in die andere Richtung. Lui, Alter, schieß einfach auf einen. Ich nehme den anderen. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Nein? Oh, wow. Da haben wir ihn. Da hinten ist auch noch einer. Von dir wurde ein Schuss gehört. Ah, die suchen uns jetzt halt schon. Ich bleib hier jetzt safe. Ah, jetzt kommen sie aber alle raus. Jetzt markern wir. Die ganzen Geiseln flüchten zum Strand. Wir brauchen ja auch keine Geiseln. Wir müssen Spieltisch und Spielautomaten kaputt machen. Ja, wir müssen erst mal das Gebiet sichern. Kommt einer ruck zu rein. Wenn er auf dem Dach. Oh, nee. Oh, warte mal. Kann ich damit vielleicht das Visier davon freischalten? Nee, aber noch dazu kommt, die hat keinen Schalldämpfer. Na, super. Jetzt habe ich eine Sniper ohne Schalldämpfer. Setze Drohne ein. Ja, POL chest. Ja, wir müssen dasоном. Ja. Wir müssen das nochmal das Problem. Wir müssen das amendment.